Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kommen die neuen Deadpool Challenges raus, womit ihr in den zweiten Stil von Deadpool freischalten könnt. Dazu werde ich euch jetzt in diesem Video alle Lösungen zeigen. Wenn euch das Video hier auf dem Kanal gefallen, könnt ihr natürlich gerne ein Abo da lassen, außer dem bewertet kommentiert. Und haltet natürlich gerne das Video und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung und würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und es hat sich natürlich auch wieder die Deadpool Lobby hier geupdatet. Und wenn wir jetzt mal auf den Computer gucken, haben wir zwei neue Challenges. Einmal müssen wir nämlich Deadpools Schwimmhilfe finden und dann müssen wir noch bei Deadpools Yacht an der Tanzparty teilnehmen. Deadpools Schwimmreifen findet man bei den Agenten, wenn man zu Sky geht. Und dann befindet sich die Schwimmhilfe hier auf der rechten Seite unter dem Computer. Einmal einsammeln, da hat man schon den ersten Teil fertig. Und dann muss man als nächstes nur noch einmal zu Deadpools Yacht und dort dann eben halt diesen Tanzball besuchen, die Yachtparty besuchen. Und dann schaltet man den zweiten Stil frei. Der befindet sich einfach in der Mitte der Yacht. Sollte man relativ gut finden können. Ich glaube, muss ich jetzt nicht nochmal extra zeigen. War nur ein kurzes Video. Sind leicht die Challenges tatsächlich diese Woche. Ich hoffe, dass ihr euch natürlich gefallen habt. Lasst mir gerne, wie gesagt, eine Bewertung da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.